Und damit herzlich willkommen zurück bei Blue Reflection und wir stehen mal wieder im Regen, ohne Handtuch. Das haben wir noch nicht. Wir wollen ja erstmal mit dem Regen nur für Fernsehver sorgen, natürlich. Nein, wir haben hier noch eine kleine Mission vor uns. Da steht sie doch schon. Und warum wird sie nicht nass? Naja. Oh, ein bisschen weiterlich. Die Weepy Kashima. Also ein bisschen ein paar Tränen laufen. It's too sad. All humans, animals, insects, germs and even cells will someday die. Ja? Ähm, okay. Sie ist emotional sehr ergriffen, wie es mir scheint. Ja, voller Wasser. Bei der Trauer, wenn man um alles trauert, kein Wunder. Oh. Na, komm. Das ist so ein Target. Machen wir schnell mal platt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viele Nebenmissungen gibt. Okay, gehen wir weiter. So. Die Stadt geht unter. Den müssen wir nicht töten, aber der hat ein Item da hätten. Also müssen wir töten. Wieder nur einer. Oh, so scharf. Hm. Nein. Das ist jetzt sehr viel Aue. Boah. Da reicht noch mal der Angriff. Für die paar Leben. Wie ist ein Tranquil Water? Ein Chalky Sand. Nehmen wir doch gerne mit. So, die brauchen wir. Wenn wir Glück haben, sind es vielleicht zwei Stück. Glaube ich aber nicht. Nein. Ja, komm. Overdrive. Machen wir ihn platt. Noch einer. Nein, 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 nein. Geh weg. Ich will nur die Items haben. Danke. Da ist nicht so weit. Und da unten ist unser letztes Ziel. Sehr schön. Na. Ich muss mich mal angewöhnen, langsam so ein paar Sachen zu beobachten mit der Reflect-Leiste. Wann die steigt, wann die sinkt. Jetzt. Wie machen wir das? Raffal-Gemo. Ja. 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 Wie, der ist ganz ordentlich, der Schlag. Der ist auch neu, glaube ich. Beam-Kauf. Was ich mir noch so ein bisschen gewünscht hätte, wäre, dass man nicht nach jedem Kampf, den man beendet, wieder volle Leben und MP hat. Das würde es vielleicht ein bisschen interessanter machen, aber trotzdem. Ich glaube, da liegt auch nicht der Fokus drauf. Ah, meine Träume, die haben endlich stoppt. Puh, was ein Relief, ich bin nicht schreit, meine Leben weg. Ich weiß nicht, warum, aber ich konnte nicht stoppen, ich war schade, aber auch nicht. Oh, ich weiß nicht. Ich danke dir. Ich danke dir. Konversation-Topic? Moment. Äh, Henny. Wie ist das? Wo denn? Ähm. Ähm. Fragen wir mal die beiden. Geht das? Nee. Nein. Wieso? Alleine? Auch nicht. Nein. Sarasa? Genau, die suche ich. Aber bis jetzt nichts. Zu finden. Okay. Na. Und Rhin. Auch nix. Conversation-Topic. Akku. Akku. Ach stimmt, Akku haben wir auch noch. Und ich glaube, nee, Shihori. Shihori hatten wir glaube ich schon. Ja. Ähm. Conversation-Topic. Ähm. Ja. Ach so. Ähm. Ja. Das ist jetzt eine sehr gute Frage, was das zu bedeuten hat. Auf jeden Fall ist das das beste Wetter ever. Nein, ich möchte gerne auf den Courtyard. Äh. Quatsch. Aufs Field. Vielleicht leuchtet doch irgendwo irgendwas. Ja. Hier ist keiner. Bei dem Wetter. Kein Wunder. Nö. Okay. Ähm. Ich drücke immer wieder die falsche Taste. Ja. Facility will ich nicht. Können wir eigentlich mal Others mittlerweile woanders hin? Nein. Makuken. School Building. Gehen wir in die B. Da müsste unser Herzens da mehr rumstehen. Ja. Ah. Okay. Where should we go next? Invite. Ja. Mal gucken. General Store. Ja. Okay. Sie sind völlig durchnässt. Beide noch. Äh. Wow. I didn't expect to see a store like this around here. Yeah. Someone introduced me. There's lots to see. So I thought you might like it too. Haha. Thank you. Let's get inside. Okay. Ich glaube die laufen jetzt. Sie laufen jetzt den Rest des Tages nass rum. Haha. No matter how old I get. Stuff like this always puts a smile on my face. Like this pencil box. Oh and this pen is so cute. You think so? What? You don't? I actually prefer this one. With the little pattern. I see. So that's the kind of stuff you like. Is that weird? No. I think it's cute. Very feminine. Cute. I'm getting used to being a reflector. Just gotta keep working hard. Es wiederholt sich ein wenig. Aber mal gucken. Vielleicht kriegen wir irgendwo was Neues. Phew. Ich hätte am letzten Mal das auslösen sollen. Da war ja irgendwas Neues. I want to be... Ja okay. Ja das kennen wir. Nachdenken. If I relax tonight, I can't do a better job tomorrow. Das ist auch nichts Neues. Gut. Lunch Break. Und es scheint wieder schön zu sein. Ich habe noch nicht gegründet. Ich habe noch nicht gegründet. Davon ab, sie hat sich zwar nicht entschuldigt dafür, für ihren Zweifel, aber ich zweifle immer noch an die beiden. Also irgendwas, irgendwas stimmt da nicht. Ich glaube nicht mal, dass sie wirklich böse sind oder irgendwas in die Richtung, aber irgendwas verschweigen sie, was vielleicht wichtig sein könnte. If I could hide. Sonne. Erstaunlich leer. Hm? Oh, ähm. Aber... Und das, ich weiß nicht, dass ich noch nicht mehr Zeit habe. Ich weiß, dass Yuzu auch schon mal die beiden sind. Ich weiß nicht, dass sie noch nicht mehr Zeit haben. Wir haben nicht mehr Zeit? Und mit, ähm, they're getting closer ist wahrscheinlich gemeint, dass sie Dämonen näher kommen. Die Sephirah. Äh, die Sephiroth. Sephiroth die Mehrzahl, Sephirah, Singular. Okay. Okay. Mhm. Möge. Möge. Nöge. Nöge. Das war's? Nöge. Nichts. Hina-chan ist mir egal, dass ich mich nicht interessiert habe. Hina-chan, wie war das hier? Ich dachte, ich habe mich noch nicht überrascht. Ich habe mich noch nicht überrascht, aber... Wie war das? Ich weiß nicht, dass ich mich nicht beurteilen habe, weil ich mich nicht beurteilen habe, weil ich mich nicht beurteilen habe. Äh? Alles klar. Wenn ich den Rhyme und die Rhyme verabschiede, dann kann ich alles gut gehen. Was ist das? Mh. Eindeutig. Wir müssen den Yuzumon suchen. Du... 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 Hu... Warte! Warte! Die Stimme kommt irgendwie bekannt vor. Also die Synchronstimme. Hu... Woher hast du zu gehen? Du... Hä? Entschuldigung. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Es war das, wie alle gesagt haben. Es war der Schwierig. Schwierig? Okay. Das werden wir sicherlich noch früh genug erfahren. Es war das, wie auch noch ein Wunder. Es war der sensations Pablo-Cele. Deshalb war es auch ein Wunder. Es war da die Erfolge für die Kunst. Es war das, wie auch eine Wunder, oder? Ich habe wieder das aqui. Es war der Gedanke. Es war der Gedanke. Es war das, der Gedanke findet sich nicht mehr. Es war das, was die Kinder beim Menschen. Aber es war das, was die Menschen & solche Entgesseln. Es ist die-dись in dieser Eranke. Hmm, ein Dieb. Oh, das ist ein Problem, ein Problem, ein Problem, ein Problem, ein Problem. Sprechen kann sie, glaube ich, nicht. Das ist ein Punkt. Das ist doch nicht wahr. Dann, warum hast du geflogen? Was ist das? Was? Was? Vielen Dank. Danke. Ein bisschen. Der Darks Journal wurde geupdatet. Wollen wir doch... Ja. Drück hier die richtige Taste. Und finde das Handy. So, wir haben neue Topics. Und zwar... Lime, will was? Hi Hina, hast du schon Fragments collectiert? Oder sind wir raus? Ich bin nicht raus, aber... Aber? Du bist ein bisschen streikt. Was? Nicht wirklich. Ich denke, wir sollten nicht 2nd-Rate-Werk machen. Wirklich? Ist das alles? Das ist alles. So, weiter, Hina. Okay, immer noch nicht. Ah... Redet doch mit mir! Hm, es ist schwer, ich glaube. Warum ist das? Ach so... Moment... Ich lese es gleich mal nach. So... Ich lese es gleich mal nach. So... Das ist nicht wahr. Right, Hina? Right. Ich bin sicher, dass du schön wirst, wenn du wirklich versucht hast. See? Danke, Hina. Ich mag dich wirklich. Du bist immer so schön. Und das macht dich wie eine kleine Mädchen. Ja, die beiden sind momentan ein bisschen verkracht. Gut. Ah, nee. Arcus Journal müssen wir noch einmal öffnen. Ja... Dazu kommen wir gleich. Arcus Journal. Wir haben... Enter the problem solver. Ja, enter the problem solver. Rumors have been swirling that Hinako Shirai of Class 1A has been knocking students problems out left and right. This entropy reporter asked Class 1A's own Rin Saneda to set the record straight. According to her, Shirai has indeed been helping her classmates work through their issues. Ich kann nicht mehr sprechen heute. Ähm... Thanks to Shirai's advice, I'm finally able to face my troubles with a positive attitude. I'm super grateful, said Saneda. With testimonials like that, you can be sure all eyes will be on Shirai from here on out. Okay. Also so ein kleines Review. Wie immer. Guck mal hier eigentlich was? Nee. Na gut. Wir haben... Aufgaben. Bestimmt. Nö. Keine Aufgaben? Gut. Dann werden wir einfach mal so ins Gebäude gehen und gucken ob irgendwas passiert. Aber das in der nächsten Folge. Ich danke wieder mal fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut! Ich danke, dir. Sch vad Untertitelung des ZDF für funk, 2017 いつか約束の地で君と笑顔で会いたいから やっぱりゆっくりは寂しいね 思い出が不安すぎたから 振り返る一瞬の刹那を抱いて 今日も走るのさ ご視聴ありがとうございました ご視聴ありがとうございました